Hörverlag Serials In 10 Folgen von Melanie Rabe Warten Sie doch mal, entschuldigen Sie, warten Sie Alter, das ist voll strange Da ist Geld drin, ein 100-Euro-Schein Und sonst nichts? Was? Zeig mal Eine Gruppe alter Freunde und Geheimnisse, die besser verborgen geblieben wären Erinnert ihr euch noch an die Kellnerin aus dem Restaurant? Wer? Ja, die mit dem 100-Euro-Schein, sie war das Sie war was? Sie hat den Alarm ausgelöst Die ist hier? Ich hab die Frau noch nie in meinem Leben gesehen Und wenn du sie auch nicht kennst, dann muss sie eine der anderen kennen Ein Hörverlag Serial mit Max Urlacher, Bettina Kurt, Andreas Pietschmann, Steffen Groth und vielen anderen Die ist hier? Untertitelung des ZDF, 2020